Ich habe das schon mal gesagt, wenn du im Eishockey arbeitest, dann ist es in deiner DNA, Kampfgeist zu haben. Ich glaube, jeder weiß, was die Uhr geschlagen hat. Jeder weiß, dass wir die drei Spiele gewinnen müssen und wollen alles geben, dass die Spiele gewonnen werden. Da geht mir, wenn wir in die Halle empfehlen Corona.